Was macht das Energy Management System? Das ist unsere neue, schlaue Wärmepumpe Vitocal. Herzstück eines ganzen Wärmepumpensystems, das ihr zu Hause mit erneuerbarer Energie versorgt. Damit dies besonders effizient geschieht, kommt es auf ein perfektes Zusammenspiel der drei an. Energie produzieren, Energie speichern, Energie verbrauchen. Denn nur wenn die Energieflüsse perfekt gemanagt sind, entfaltet das System seine volle Wirkung. Das übernimmt das integrierte FISMAN Energy Management für Sie. Die Sonne geht auf und Sie produzieren Strom. Schon stehen Entscheidungen an. Wohin mit dem Speichern im Stromspeicher? Vielleicht wird warmes Wasser benötigt. Ist das Auto geladen? Das System trifft immer die effizienteste Entscheidung. Die Sonne scheint, der Stromspeicher wird geladen. Nun gibt es schon drei Stromquellen. Ihre Photovoltaikanlage, Ihre Batterie und das Stromnetz. Aber welchen Strom nehme ich für was? Noch eine Entscheidung mehr. Der Tag vergeht. Ohne, dass wir es bemerkt haben, hat das Energy Management eine Menge guter Entscheidungen getroffen. Es hat das Auto zum richtigen Zeitpunkt so weit aufgeladen, dass wir genau den Weg zur Arbeit oder zum Kinderholen schaffen. Das Bad ist vorgeheizt und der Stromspeicher ist mit Sonnenstrom geladen, der Ihnen auch im Falle eines Stromausfalls aus der Patsche hilft. Am Abend liefert der Stromspeicher die Energie des Tages an die Wärmepumpe und an andere Geräte im Haus. Mit der Zeit weiß das System, wann Sie wie viel Energie benötigen und hat dabei stets die Wettervorhersage im Blick. Das System lernt und schafft die perfekte Balance aus Produktion, Speicherung und Nutzung Ihrer Energie. Sie haben über die V-Care App immer alles im Blick und im Griff. Ihr Systeminstallateur kann Ihnen dank der Daten sinnvolle Updates und Anpassungen empfehlen. Das Wärmepumpensystem ist für Modernisierung und Neubau geeignet. Dank SolarLock Gateway ist unser Stromspeicher auch mit Ihrer bestehenden Photovoltaikanlage kompatibel. Einfach, effizient, schlau. FISMAN – das schlaue Wärmepumpensystem mit Energy Management.